hallo und willkommen an diesem schönen samstagmorgen bei diesem herrlichen sonnenaufgang heute ist mal wieder ein besonderer tag denn wir fahren zu einem freund hin der heute sein zehnjähriges jubiläum feiert was das aber genau ist das werdet ihr aber erst später erfahren so jetzt genießt noch ein paar sekunden erstmal diesen schönen sonnenaufgang ich werde jetzt erst mal noch mal einen kaffee trinken alles vorbereiten und dann geht's los aber ich nehme euch mit auf die reise bis später so nachdem wir jetzt gut gefrühstückt haben noch mal auch geschehen dass sie kaffee getrunken haben geht es jetzt los zu unserer beabredung ok unterwegs zeigen wir euch so ein paar bilder noch dann und wenn wir natürlich dort ankommen so jetzt auch eine kleinigkeit als mitbringseln mitgenommen vielleicht können wir jetzt schon erraten wo es eventuell hingeht so ok jetzt geht's weiter bis später so jetzt sind wir gleich am ziel angekommen das letzte stück das nehmen wir euch mal mit damit ihr seht wo es auch hingeht so jetzt gehen wir auf die Vogelscheiße naja wie ihr seht da vorne der schöne gelbe Fleck da kurz vorher hat es mal irgend so ein Vögelchen war es auch nicht gewesen und es war auch nicht so ein Vögelchen der hat uns dann mal auf die Windschutzscheibe geschissen schade dass ich kein Red Bull hatte ich glaube ich wäre hinterher geflogen na gut so da wo wir jetzt hin wollen muss man auch was bevor man nach St. Gotthard reinkommt geht es nämlich vor den Bahnschienen einmal rechts rein und jetzt kommt noch mal so eine schöne Olberstrecke an den Bahnschienen vorbei an den Bahnschienen vorbei so jetzt gibt es noch ein paar Schlaglöcher ups ja 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 da sind wir auch schon am Ziel angekommen und zwar in St. Gotthard beim «Streunerparadies» Der heute sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, das war mal ein kurzer Ausschnitt vom Streunerparadies von der 10-Jahresfeier, die dieses Wochenende ja stattfindet. Natürlich gab es auch Kaffee, Kuchen, selbstgemachten Kuchen sogar, Getränke, Würstchen und was darf natürlich in Ungarn nicht fehlen? Die Kula-Suppe. Also, ich werde euch in der Beschreibung sämtliche Informationen, die für euch interessant sein könnten, über das Streunerparadies mit reinsetzen. Wer also das Streunerparadies unterstützen möchte, kann dies gerne über die Webseite tun. Wie gesagt, ich setze euch alle Informationen rein. Und wie ihr gesehen habt, Helmut ist also mit Leib und Seele dabei, auch die ganze Familie und sein ganzes Team. So, schaut euch die Seite an, unterstützt das Streunerparadies und ich wünsche euch weiterhin ein schönes Leben und einen schönen Aufenthalt in Ungarn.